Regierungsbeauftragter warnt vor Tsunami des Antisemitismus, nach explosiver Kriminalstatistik, die Kriminalstatistik zeigt einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten, darunter Beleidigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen und körperliche Angriffe. Klein warnt vor einem Tsunami des Antisemitismus, der sich über das Land ausbreitet und fordert entschiedenes Handeln von Politik, Gesellschaft und Justiz. Die Regierung hat angekündigt, verstärkt gegen antisemitische Straftaten vorzugehen und die Sicherheit jüdischer Einrichtungen zu verbessern. Doch Klein mahnt, dass dies nicht ausreicht und ein gesamtgesellschaftliches Umdenken und eine klare Haltung gegen Antisemitismus notwendig sind. Die jüdische Gemeinde in Deutschland ist besorgt und fühlt sich bedroht. Es ist wichtig, dass alle Menschen zusammenstehen und sich gegen jegliche Form von Antisemitismus stellen. Nur so kann dieser gefährliche Trend gestoppt werden.